Kontinuierlich erfahren wir aus den Medien Ereignisse, die in unserer Umwelt passieren. Manche dieser Ereignisse treten auf, verursachen gegebenenfalls auch Schäden und verschwinden dann auch wieder. Beispielsweise wären ein Hochwasser oder auch Schneeleven. Andere Ereignisse verändern aber durch ihr Auftreten auch die Umwelt irreversibel. Zum Beispiel eine Bodenerosion entfernt dauerhaft Material. Oder Murenabgänge transportieren Material dauerhaft in die tiefen Lagen. In sehr vielen dieser Prozesse an der Erdoberfläche ist das Klima bzw. das zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandene Wetter essentiell. Für die Vorbereitung, die Auslösung und die Steuerung der jeweiligen Prozesse, wie Überschwemmungen oder auch Waldbrände. Gleichzeitig werden aber diese Prozesse an unserer Erdoberfläche auch von anderen Faktoren stark beeinflusst. Hierzu gehören der Landnutzungswandel. Sei es in der Ausprägung der unterschiedlichen Agrarflächen. Seien es die Nutzungsänderungen von Flächen, also zum Beispiel durch eine Entwaldung oder auch eine Aufforstung einer Region. Oder seien es Urbanisierungen von Regionen mit einer Ausdehnung oder Intensivierung von Siedlungen. Die große Herausforderung liegt hierbei in der Differenzierung. Wie stark die zu beobachteten Erdoberflächenprozesse auf Umweltveränderungen zurückzuführen sind. Und welche Rolle hier ganz konkret ein Klimawandel spielt. Nun, in dieser Lektion Umweltauswirkungen möchte ich diese zentralen Aspekte vorstellen. Ich bin Thomas Glade, Professor für Physische Geografie an der Universität Wien und lehre und forsche seit vielen Jahren zur Umweltveränderung. Mein zentrales Fachgebiet ist die Geomorphologie, die sich mit den Formen, den aufbauenden Materialien und den ablaufenden Prozessen beschäftigt. Spannend hierbei ist zu untersuchen, welche raumzeitlichen Dynamiken der Veränderungen an dieser Erdoberfläche stattfinden. Ich arbeite konzeptionell theoretisch, genauso wie im Labor und im Gelände, wobei unsere Arbeitsgruppe auch sehr stark in der Modellierung verankert ist. Da es durch die Abbildung der Wirklichkeit in Modelle auch möglich wird, die verschiedenen Prozesse zu simulieren. Die einzelnen Einflussgrößen abzubilden und dadurch die zukünftige Prozessentwicklung in Szenarien abzuschätzen. Und klar, hierbei spielt der Klimawandel eine zentrale Rolle als vorbereitender, auslösender und auch steuernder Faktor. Und deshalb ist diesem Thema diese Lektion gewidmet, in der auch mein Kollege Professor Stefan Glatzel mitwirkt. Herr Glatzel ist ebenfalls Professor an der Universität Wien und leitet die Arbeitsgruppe der Geoökologie. Er ist spezialisiert auf Moor- und Feuchtgebiete. Und hier werden grundlegende Wechselwirkungen zwischen den Böden der Vegetation und dem Klima analysiert, auch unter Berücksichtigung des menschlichen Wirkens im jeweiligen Ökosystem. Und er wird hier einzelne Beispiele in dieser Lektion zu den Auswirkungen des Klimawandels, auch Hochwasser, sowie natürliche und menschliche Hochwasserpräventionen an verschiedenen Lokalitäten an der Donau erläutern. Untertitelung des Klimawandels Untertitelung des Klimawandels